Jeder von uns, wir sind Geist in Aktion. Viele von uns, wir fokussieren uns auf unsere Feinde. Das bedeutet, du verwendest deine Kraft, du verwendest deine Kraft, und zwar auf die falsche Gegenstände. Und genau das ist das Problem. Jeder von uns also, wir haben Gottes Kraft. Doch nicht jeder von uns, hat Nutzen aus Gottes Kraft. Weil wir nicht erkennen, dass diese Kraft soll angewandt werden zu den Gegenständen innerhalb des Menschen. Du hast einen Traum, du hast eine Vorstellung, du hast eine Vision. Was ist deine Vision? Was soll nun erreicht werden? Was möchtest du verändern? Was möchtest du sehen? Was möchtest du auf dieser Welt berühren? Ich bin hierher gekommen und zu sagen, diese schöpferische Kraft in dir hast du. Vor deinem Träumen fühlst du dich machtlos, weil du deine Macht und zwar auf das Falsche richtest. Dort, wo deine Aufmerksamkeit gerichtet ist. Oder man kann auch sagen, deine Kraft, deine Macht und genau dort wird deine Energie zum Leben sein. Doch Gott beruft uns als Kinder, als seine Kinder. Damit wir die Macht in uns drin, und zwar lenken und leiten zu dem, was uns nützlich und bedeutsam ist. Und wenn wir genau das tun, dann sehen wir großartige Veränderungen. Wir erleben Umwandlungen. Halleluja. Amen. Thank you, Father. There is nobody on earth that can take what you have. Also der in der Lage ist, das wegzunehmen, was du hast. That can stop what you want to become. Also der wirklich das zum Heil bringen, was du sein sollst. Because it is the nature of spirit to express itself. Nämlich sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Spirit Geist can never remain unexpressed. Kann niemals und zwar unausgedrückt bleiben. Amen. Listen to me. Also hört mir genau hin. Spirit Geist can never can never remain unexpressed. Unausgedrückt bleiben. That's why you see people they're doing something. That is the reason why Menschen etwas tun. Others to destruction manche manche zur Zerstörung. But they're doing something. Aber sie tun etwas. They're expressing something. Ja, sie drücken etwas aus. That which is within is coming out. Ja, das was sie in sich tragen findet den Weg nach draußen. So it is a nature of spirit. Also es ist die Natur des Geistes to express itself. Wirklich sich zu äußern. God wants you to express yourself. God möchte, dass du dich äußerst. But he has given you the power. Doch er hat dir die Macht geschenkt. He has given you the ability. Er hat dir die Fähigkeit geschenkt. It is the power which is within you. Und das ist die Macht die in dir drin ist. If you can close your eyes wenn du deine Augen schließen könntest to your outside world nämlich zu deiner äußerlichen Welt to your experiences of past also zu deiner vergangenen Erlebnissen and look unto und du schaust hinein unto the picture du schaust auf das Bild hinein unto the vision auf das Vision hinein which comes from Scripture die aus der Schrift hervorkommt which defines your life die dein Leben definiert if you can put your attention on it wenn du deine Aufmerksamkeit hier rauf richten könntest you will be a channel to expression also dann wirst du ein Kanal des Ausdrucks sein this is very very important also das ist sehr sehr wichtig and this is what Paul said und das ist genau Paulus Ausdruck and that is why he told he told the people the Corinthians und deshalb sprach er zu den Korinthern he said to them that unto them which are called both Jews and Greek 1. Korinther 1,24 Christ is the power of God Christ is the power of God and the wisdom of God Christ is the power of God Christ is the power of God Christ is the activity of the Spirit applied to an object Christ is the activity of the Spirit die zu einem Gegenstand angewendet wird with the purpose und zwar zu diesem Zweck to change um sich zu ändern that is salvation genau das ist Errettung salvation changes one thing to the other Errettung verändert eine Sache von einem von einem Zustand zum anderen it changes sickness to healing Errettung verändert die Krankheit zu Gesundheit it changes poverty to riches Armut zu Reichtümern every one of us jeder von uns everybody jeder Mensch that walks the face of this world der auf Erden wandelt you are spirit du bist Geist in action in action so Christ Christ is the power of God is Gottes Macht what did Paul say about the gospel und was sagte Paulus über das Evangelium he says the gospel das Evangelium is the power of God is Gottes Kraft unto salvation zur Errettung the gospel das Evangelium is the power of God is Gottes Macht and so when you hear the gospel also wenn du das Evangelium hörst you are receiving du empfängst information information knowledge you are hearing the voice du hörst die Stimme of that power von dieser Kraft which is within you die in dir drin ist that you may apply damit du das anwendest unto darkness und zwar zur Finsternis and change your darkness und du veränderst die Finsternis deines Lebens into light zum Licht the light das Licht shinet in darkness und zwar scheint in die Finsternis that is Christ described und das ist die Beschreibung Christi it's not light es ist nicht Licht light shine it also das Licht das scheint shine on what und zwar scheint worauf because there must be an object so that is wisdom directed on darkness denn es muss ein Gegenstand geben das bedeutet dieses Scheinen ist Weisheit und zwar auf die Finsternis gerichtet where is darkness in man und wo in Menschen gibt es Finsternis not outside of you es ist nicht äußerlich von dir darkness is within you Finsternis in Menschen gibt es innerhalb der Ephesians 4 verse 17 das finden wir in Ephesians 4 vers 70 he says that our heart has been darkened da heißt es dass unser herzen verfinstert ist and so when the light comes also wenn das Licht kommt God will cause that light to shine within bewirkt dass das Licht und zwar aus dem Innern hervor strahlt that is the power of God and genau das ist Gottes Kraft hallelujah amen and I pray today and I pray today from this day forward you will experience the power of God you will not go to a man for power you will know you have power I pray that God will give you wisdom that you will direct your power that you deine Kraft hinlängst where it supposed to be directed so that there will be light shining so that there will be light shining we see the sun is for all we see that the sun is for all for all but it is the sunshine that we use that we use that is beneficiary to us also die nützlich is for all let me make an example maybe we excite us there is one million euro now with you right now amen also a example was a bit a bit bit a bit a bit a bit a bit a bit now what are you in the spirit so that it is one million euro it is not different from when the pepper will stand before you Doch diese, die gibt es schon im Geist. Es ist nicht anders, als wenn du nun die Scheine zählen würdest. Geist und Materie sind nicht zwei unterschiedliche Sachen. Nein, beide sind eins. Denn Geist ist immer in der Aktivität. In der Aktion. Und wenn der Geist zu einer bestimmten Ebene der Aktion gelangt. Was geschieht mit dem Geist? Das Geist nimmt Gestalt und wird nun körperlich, wird nun greifbar. Halleluja. Diese Art zu reden ist nicht üblich. Das ist der Grund, als in der Bibel Geist vorgestellt wurde. Der Geist ist in Bewegung. Der Geist schwebte. Der Geist ist am Handeln, ist am Bewirken. Und was ist geschehen? Nichts. Bis Gott sprach. Das ist die Direktion. Und genau das ist die Lenkung. Das ist die Richtung. Das ist Weisheit. Genau das ist Weisheit. Bis die Aktivität gelenkt wird. Gestalt wird. Zu einem bestimmten Ziel. Du wirst keine körperliche, greifbare Manifestation erleben. Also eine Million Euro ist hier. Sogar hier. Also steuere das. Amen. So wenn du es nach Geld oder Vermögen äußerlich suchst. Du wirst es nicht bekommen. Weil genau das ist noch nicht. Hat noch keine Gestalt genommen. Nur weil es keine Gestalt hat. Heißt noch lange nicht, dass es nicht gibt. Also wozu Gott uns beruft. Ist dass wir wirklich hineinkehren. Dass wir in uns hineinkehren. Und dass wir Gottes Kraft in uns aufnehmen. Und das ist Christus. So Paulus spricht. Christus in dir. The hope of glory. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Und deshalb ab diesem Tag an. Ich möchte, dass wir verstehen. Wie man Gottes Kraft in uns anwendet. Denn es gibt nichts, was Gott uns noch extra schenken wird. Was nicht aber außerhalb seiner Kraft ist. Denn seine Kraft ist schon zugetan. Und so du heute. Ist für dich wichtig zu begreifen. Und auch dir bewusst zu tun. Und zwar wie man Gottes Kraft anwendet. Ihr seht. Isaiah sprach zu uns. Dass die Stabilität unserer Zeit. Nämlich. Dass wirklich die Beständigkeit. Die Stabilität unserer Zeit. In Isaiah 33, Vers 6. Das finden wir in Isaiah 33, Vers 6. Shall be wisdom and knowledge. Das soll Weisheit und Erkenntnis sein. That will be the stability. Genau das ist die Beständigkeit unserer Zeit. And then he concludes. Nun macht Isaiah das rund. He says the strength of salvation. Und er sagt, die Kraft, die Macht, die Errettung. That will be it. Genau das soll sein. Amen. Halleluja. So the power is in you. Also die Kraft gibt es in dir schon. To create. Nämlich zu erschaffen. What you want. Das was du möchtest. What you desire. Wonach es dir verlangt. Please. Also bitte. Direct that power. Steuere diese Kraft. So that the world will see. Damit die Welt erlebt. God. God. In a tangible form. In greifbaren Gestalt. God is here. God is here. He's present. God is everywhere. God is everywhere. He is a solution. God is the solution. But it's not tangible. God is not tangible. In many places. In vielen. Also you. Also you. Have been giving that wisdom. Dir is this wisdom. To form that which is not formable. Nämlich das ungreifbare Gestalt zu geben. That which is not in a form right now. Das was noch keine Gestalt hat jetzt. And give you the form. Da solltest du nämlich Gestalt geben. By directing. Indem du das längst und steuerst. Your power. Ja. Deine Kraft. To the object. Zu dem Gegenstand. Which is within you. Die. Also der in dir ist. And that object. Is a vision. Is deine Vision. Is a dream. Is dein Traum. Is imagination. Is deine Vorstellung. And when you do that. When du das tust. You will see. God in manifestation. Dann erlebst du die manifestation Gottes. Amen. Amen. Because this is how God creates. Denn so hat Gott erschaffen. God is all. Denn Gott ist alles. Now before he created everything. Doch bevor er alles erschuf. He was all right. Er war doch alles. Oder? And so where did he create then? Und woraus hat er das erschaffen? He created from the all. Und zwar aus dem all. Also aus dem alles. So he imaged himself. Also er hat sich selbst vorgestellt. From himself. Aus sich heraus. And then he formed man. Hat er die Menschen gestaltet. If man becomes an entity. Also wenn der Mensch ein Wesen ist. Different from God. Und zwar ein Wesen getrennt von Gott. God ceases to be all. Dann hört Gott auf alles zu sein. Because then there will be one. Dann würde das dann eins geben. And all. Und dann gibt es alle. That does not make sense. Also das macht keinen Sinn. So that's why we are in him. Deshalb gibt es uns in him. Halleluja. We are in God. Wir sind in God. But how do we then form? Doch wie gestalten wir? By doing what God did. Wir gestalten, indem wir genau das tun, was Gott getan hat. We image what we desire. Also wir visualisieren. Wir machen Vorstellungen aus dem, was wir verlangen. This is light shining. Oh, das ist die Lichtstrahl in unserem Leben. Thank you, Father. Halleluja.